Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem Podcast und dieses Mal wieder aus Straßburg. Die Woche wurde ja überschattet von schweren Erdbeben in Nepal, bei denen am letzten Samstag viele, viele Menschen ums Leben kamen. Schnelle Hilfe hat hier oberste Priorität. Es ist natürlich eine Solidaritätsfrage. Die EU hat deshalb bereits mehrere Millionen Euro an Soforthilfe geleistet. Im Plenum ging es in dieser Woche erneut um die aktuell dramatische Situation in Sachen Flüchtlingspolitik. Meine Meinung dazu, Europa kann nicht länger untätig bleiben, wenn vor unserer Küste Menschen ertrinken. Außerdem haben wir die EU-Kommission gestern dazu aufgefordert, endlich einen verbindlichen Verteilungsschlüssel vorzulegen, damit alle 28 EU-Mitgliedstaaten in die Verantwortung genommen werden. Denn Hilfesuchenden muss Schutz gewährt werden. Bislang nehmen Deutschland, Schweden, Italien, Großbritannien und Frankreich mit Abstand die meisten Flüchtlinge aus. Auf. Außerdem fordern wir, dass die Mitgliedstaaten die bereits bestehende Möglichkeit ihrer Botschaften zur Erteilung von Asyl aus humanitären Gründen endlich mal konsequent und umfassend nutzen. Es kann nicht sein, dass eine Schweigeminute nach der anderen abgehalten wird bei uns im Parlament, ohne dass sich überhaupt irgendetwas bewegt. Ein weiteres Thema in dieser Woche war die Verabschiedung einer Resolution zum zweiten Jahrestag des Rana Plaza-Fabrikeinsturzes in Bangladesch vor zwei Jahren. Hier hat die EU seit dem Unglück doch wirklich einiges getan, um die Situation in den Textilfabriken vor Ort zu verbessern. Am Ziel sind wir aber noch lange nicht. In Bangladesch wird Gewerkschaftsarbeit noch immer von der Regierung behindert und einige Modekonzerne verweigern versprochene Entschädigungszahlungen für die Opfer des schrecklichen Einsturzes. In einem entsprechenden Fonds halten aber jetzt endlich bereits Marken wie HMN oder Primark ein. Es müssen aber noch viele weitere folgen, denn die Summe, die reicht bei Weiden für die Entschädigungsleistung noch nicht aus. Im Plenum ging es diese Woche außerdem aber auch noch um Plastiktüten. Ja, ihr habt richtig gehört, Plastiktüten. Denn das Thema ist weit wichtiger, als man vielleicht zunächst erst mal vermuten könnte. Bereits jetzt benutzt nämlich jeder von uns im EU-Schnitt fast 200 Tüten im Jahr, Plastiktüten. Das Resultat sind nicht nur extreme Umweltschäden. Und deshalb wollen wir den Verbrauch der Tüten drastisch reduzieren. Mit unserer am Dienstag verabschiedenden Gesetzesänderung gibt das Parlament den Mitgliedstaaten nun 18 Monate Zeit, endlich Maßnahmen zu ergreifen, um das gesteckte Ziel 40 Tüten pro Kopf und pro Jahr spätestens bis 2025 zu erreichen. Ja, das war mein kurzer Bericht aus Straßburg. Ich wünsche euch allen ein schönes, erholsames Wochenende und natürlich einen super guten 1. Mai. Macht's gut, eure Martina.